Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 10. Oktober. Am Wiesbadener Neroberg werden 30 Bäume gefällt und die Hessen-CDU will am heutigen Dienstag Sondierungsgespräche starten. Das und mehr, heute für Sie im Podcast. Wir starten in Wiesbaden. Der Klimawandel hat im Wald um die russisch-orthodoxe Kirche auf dem Neroberg viele Bäume stark geschädigt oder absterben lassen. Daher müssen laut Stadt entlang der Straßen betroffene Bäume gefällt werden, um Schäden zu vermeiden. Bereits im April fiel eine Eiche über den Christian-Spielmann-Weg, glücklicherweise ohne jemanden zu verletzen. Bei einer Regelkontrolle zur Verkehrssicherheit durch Mitarbeiter der Forstabteilung des Grünflächenamtes wurden rund 30 Bäume identifiziert, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben ist und die gefällt werden müssen. Zur Durchführung der Maßnahmen wird der Christian-Spielmann-Weg von der Ecke Kapellenstraße bis zur Ecke Landstraße von 16. Oktober bis 18. Oktober voll gesperrt. Der Philipp-Hoffmann-Weg wird zeitweise gesperrt. Da es sich zum Teil um mächtige Bäume handelt, wurde zusätzlich ein ökologisches Sachverständigenbüro hinzugezogen, welches sicherstellt, dass keine Fledermäuse oder Vögel in den zu fällenden Bäumen leben. Die gefällten Bäume werden aus ökologischen Gründen im Wald belassen. Wir blicken auf einen Prozess vor der Wiesbadener Schwurgerichtskammer. Im Oktober 2022 sorgte eine Bluttat in einer Wiesbadener Asylunterkunft für Entsetzen. Ein Mann aus Ghana ist damals auf mehrere Personen mit einem Messer losgegangen. Ein Mann und ein ungeborenes Kind sind dabei gestorben. Nun muss sich der Angeklagte verantworten. Die Anklage lautet auf Mord, Mordversuch, versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Schwangerschaftsabbruch. Was den mutmaßlichen Täter dazu getrieben hat, mit einem Messer auf andere und schließlich auf sich selbst loszugehen, ist nicht bekannt. Der Angeklagte schweigt bislang zu allen Vorwürfen. Bekannt ist allerdings, dass der Mann seit Jahren in Deutschland ohne Papiere und festen Wohnsitz lebt. Offensichtlich hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, benutzte Alias Namen und Papiere anderer Menschen. Der Polizei war er nicht bekannt, bis es im Oktober vergangenen Jahres zu der Bluttat kam. Der Prozess wird am 16. Oktober fortgesetzt. Wir gehen nach Niedernhausen. Nachdem der dortige Bürgermeister, Joachim Reimann, die Wahl um das Bürgermeisteramt in Taunusstein gewonnen hat, müssen die Einwohner von Niedernhausen einen neuen Verwaltungschef wählen. Der voraussichtliche Wahltermin ist der 9. Juni 2024, damit würde die Bürgermeisterwahl mit der Europawahl zusammenfallen. Eine endgültige Entscheidung über den Termin soll die Gemeindevertretung am 6. Dezember fällen. Der CDU-Politiker Reimann selbst hatte kurz nach seinem Wahlerfolg erklärt, dass er erst im kommenden Jahr, Mitte Januar oder Anfang Februar, nach Taunusstein wechseln wolle. Laut Gemeindeverordnung hat eine Kommune nach dem Ausscheiden eines Bürgermeisters vier Monate Zeit, um einen Nachfolger zu wählen. In der Zwischenzeit übernimmt der erste Beigeordnete, Norbert Belz von der SPD, die Aufgaben des Bürgermeisters. Über mögliche Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr ist noch nichts bekannt. Nun zum Sport Der SV Wien-Wiesbaden kann als Aufsteiger nach neun Partien und Rang 15 in der 2. Bundesliga einigermaßen zufrieden sein. Würde der Verein seine Platzierung bis zum 34. Spieltag halten, wäre ein Abstieg vermieden. Wo liegen die Stärken und wo die Schwächen des Teams? Eine Analyse Ausgesprochen positiv steht die Defensive der Hessen da. Mit elf Gegentoren in neun Spielen ist die Abwehr um den bärenstarken Torwart Florian Stritzel sehr stabil. Der SV W.W. hat die viertbeste Defensive der Liga. Ebenfalls gut ist der Einsatz der Mannschaft und Standards sind oft für Gegner gefährlich. Die Probleme für den Klassenerhalt liegen woanders. Der Sturm des SV W.W. ist mit sieben Treffer eher ein laues Lüftchen. Darüber hinaus fehlt das spielerische Element. Und schließlich versanden viele Angriffe, weil Flanken keine Abnehmer finden. Hier gibt es für Trainer und Team noch viel zu tun. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat es nach seinem Wahlsieg eilig mit der Regierungsbildung. Wie der CDU-Politiker am gestrigen Montag sagte, möchte er möglichst schon am heutigen Dienstag mit den Grünen die ersten Gespräche beginnen. Dies müsse aber noch mit dem Koalitionspartner abgesprochen werden. Weiterhin will sich Rhein mit der FDP und der SPD zu Sondierungsgesprächen treffen. Die Bundesinnenministerin und hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser erklärte sich zu einem Treffen mit der CDU bereit. Die CDU war bei der Landtagswahl am Sonntag klar stärkste Kraft geworden, gefolgt von der AfD. Am Montagabend blieb zunächst unklar, ob die Grünen bereits am Dienstag startklar für Sondierungsgespräche sind. Beim CDU-Landesausschuss in Hofheim erhielt Rhein formal den Auftrag, mit Sondierungen zu beginnen. Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert. Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang, hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt und Rache geschworen. Die Menschen in Israel wurden angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär mit. Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien versicherten dem angegriffenen Land gemeinsam ihre Solidarität. Zusammen würden unsere unerschütterliche und vereinte Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und die Hamas und ihre schrecklichen Terrorakte unmissverständlich verurteilt, hieß es in einer in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Bundesregierung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden